Das ist Ethan B. Bradley, Hollywood-Star und Klimaaktivist. Für den Schutz der Kaiser-Pinguine produzierte er eine aufrüttelnde Doku. Aber auch wenn Sie nicht Ethan B. Bradley sind, können Sie ganz einfach in die Zukunft unseres Planeten investieren. Und wie das geht, finden wir zusammen heraus. Meins um mehr als Geld geht. Sparkasse. Zum 100. Todestag von Wilhelm Konrad Röntgen. Eine Sonderprägung einer Medaille hier bei uns in Remscheid. Und die gibt es bei der Stadtsparkasse Remscheid. Darüber will ich mit zwei Herren reden. Einerseits Dr. Uwe Busch hier vom Röntgenmuseum, sowie Michael Wellershaus, Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse Remscheid. Michael, das ist ja nicht die erste Prägung, die ihr gemacht habt. Aber wie wichtig ist es, dass es so etwas wieder gibt zum 100. Todestag von Herrn Röntgen? Ich finde, das ist super wichtig. Letztlich emotionalisiert Röntgen ja in einer Art und Weise, was für Remscheid ganz besonders ist. Es ist einer der berühmtesten Söhne unserer Stadt. Und mit dem Röntgenmuseum und dem Röntgengeburtshaus haben wir auch zwei ganz tolle Objekte, die es eben zu unterstützen gilt. Und unsere Wertschätzung gilt natürlich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das hier machen. Aber eben auch Röntgen selber ein Stück weit zu ehren. Und viele Menschen in Remscheid verbinden ganz viel damit. Und deswegen war es für uns auch selbstverständlich, dass wir eine zweite Auflage sozusagen machen, weil wir ganz viel Resonanz für die erste Prägung bekommen haben. Kundinnen und Kunden, die das wirklich toll fanden, dass eben die Verbindung zwischen Edelmetall und Remscheid da ganz hervorragend gelungen ist. Und für euch als Stadtsparkasse ja auch ein Weg, sich darzustellen, was es auch wichtig ist in Remscheid. Dass man einen der bekanntesten Söhne, das hast du gerade selber auch gesagt, dass man da wieder irgendwas darstellen kann. Ich glaube, dieses Anknüpfen für Remscheid ist ganz, ganz wichtig. Wir können stolz auf das sein, was hier in Remscheid passiert. Und von daher das zu unterstützen für uns als Sparkasse selbstverständlich. Und ich glaube, eine Münze oder eine Medaille ist immer eine gute Möglichkeit, sowas auch dann eben greifbar zu machen und emotionalisiert in einer tollen Art und Weise. Nicht nur für Sammler, sondern auch für Menschen, die eben mit Remscheid und mit Röntgen was verbinden. Und Dr. Busch, das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man dann auch rausgeht, nicht nur, dass man hier ist in Lennep im Museum oder im Geburtshaus, sondern dass man den Remscheid-Bürgern was bieten kann in Verbindung mit Herrn Röntgen. Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, das ist ein toller Weg, auch nochmal diese Persönlichkeit von Röntgen ein bisschen in breitere Bevölkerungsschichten zu tragen. Das ist ja, wir sind als naturwissenschaftliches Museum natürlich sehr bestrebt, eben halt die Inhalte seiner Forschung jedermann sichtbar zu machen. Aber das ist nochmal eine ganz andere, so wie Michael Bellas raus gerade sagte, emotionellere Zugangsmöglichkeit für Leute, die sich für ein Museum interessieren, die sich aber für Münzen interessieren und die vielleicht über diese Münzbring, diese fantastische, schöne neue Münzprägung vielleicht dann auch zum Leben von Herrn Röntgen weiter informieren wollen und sich über seine auch wissenschaftlichen und Forschungstätigkeiten und die ganze Entwicklung der medizinischen Diagnostik oder aller Dinge, die was mit den Anwendungen der Röntgenstrahlen in vielen verschiedenen Fällen zu tun haben, dann auch beschäftigen wollen. Also eigentlich ein schöner Impuls. Und wir sehen das eben halt auch, dass unsere Besucherinnen und Besucher da sehr, sehr interessiert sind. Auch ein schönes Objekt eben halt auch für unseren Museumshop. Etwas Exklusives natürlich, wo auch eine gewisse Klientel unseres Museums danach suchen. Wir werden auf jeden Fall die Münze in der nächsten Woche beim Deutschen Röntgenkongress präsentieren und hoffen, dass wir da auch auf reges Interesse stoßen werden. Und das ist ja das Wichtige, das ist Interesse. Es ist auch nochmal wichtig, dass man der 100. Jahrestag, Todestag von Röntgen, dass man das dann ein bisschen den Leuten ins Bewusstsein hervorhebt? Ja, ich denke schon. Also wir haben ja leider vor drei Jahren so ein bisschen das Problem gehabt, dass wir seinen 175. Geburtstag und den 125. Jahrestag der Röntgenstrahlen haben nicht begehen können. Das ist jetzt nochmal so, wenn wir sagen wir im Nachhinein, nochmal eine besondere Ehrung auch für ihn als Person, für ihn als Lenneper Bürger und Ehrenbürger der Stadt Lennep eben halt auch. Und ich denke, dass das durchaus jetzt auch etwas ist, was noch so ein bisschen auch in die Zukunft tragen kann. Und darum geht es ja auch, dass man Röntgen ehrt auf diese Art und Weise. Kommen wir nochmal spezifisch zu dieser Medaille oder diesen Medaillen. Es gibt ja zwei Prägungen. Was kannst du uns dazu sagen? Ja, wir haben zwei Prägungen. Einmal eine Silberprägung und eine Goldprägung, die auch jeweils in limitierter Auflage nur verfügbar sind. Die Silberprägung mit 500 Exemplaren und die Goldprägung sogar nur mit 50 Exemplaren. Also insofern was ganz Exklusives. Und ich glaube, es knüpft an das, was Herr Dr. Busch gerade gesagt hat. Das ist eben viel mehr als nur jetzt das Werk an sich, was Röntgen dann eben vollbracht hat, sondern auch die Anknüpfung an Remscheid heute. Wir sehen in der Materialprüfung beispielsweise passiert ganz viel mit Röntgenstrahlung. Und das ist auch ein Themenfeld, was Remscheid extrem auszeichnet. Insofern, das miteinander zu verbinden, ist, glaube ich, eine tolle Sache. Und wir haben beim letzten Mal gesehen, dass die Prägungen, die geringer waren, nicht ausgereicht hat. Wir haben dann nachprägen müssen, damit eben die Kundinnen und Kunden auch in den Genuss gekommen sind. Und deswegen haben wir die Auflage diesmal schon von vornherein eben höher geschraubt, um eben einem breiten Publikum das auch zugänglich zu machen. Zuschauer, die gerade den Beitrag sehen und Interesse haben, wo bekommen Sie die Münzen oder die Medaillen besser gesagt? Genau, ganz wichtig der Unterschied. Es ist kein Zahlungsmittel, hast du völlig recht. Wir haben das ganz exklusiv auf Lennep ganz bewusst gemünzt, vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes. In der Geschäftsstelle Lennep ist die Medaille jederzeit erhältlich während der Öffnungszeiten. Gerne können die Kundinnen und Kunden aber natürlich auch bei den Kollegen anrufen und eine Münze vorbestellen. Wir haben die Silbermedaillen alle vorrätig. Die Goldmedaillen werden auf Bestellung dann eben direkt unmittelbar an die Kundinnen und Kunden nach Hause geliefert. Michael, vielen lieben Dank für dieses Interview. Auch vielen Dank, Dr. Busch. Also eine spezielle Medaille zum 100. Todestag von Wilhelm Konrad Röntgen.